Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Game of Thrones in Westeros. Ja, in der letzten Folge, boah, ist immer noch so hart zu akzeptieren. Ethan wurde von Lord Schnee, also Ramsey Schnee, Ramsey Snow, wie auch immer, erdolcht. Und das von allen, die im Raum da waren, nee, fangen wir anders an. Alle, die da in dem Raum waren, haben es mitbekommen und das waren gar nicht mal wenige. Und ich bin da mal gespannt, was da noch herauskommen wird, alter Schwede. Das hätte ich nicht gedacht, ich hab, wow, da war ich echt, hu. Naja gut, wir sind wie gesagt mit der ersten Folge durch und müssen jetzt oder beginnen jetzt mit Folge 2 bzw. Episode 2. I am the sword in the darkness. I am the watcher on the wall. Und ich gehe mal davon aus, dass das primär um die Mauer sich handeln wird. Mal sehen, wo uns das hinführen wird. Alles klar, dann lasst uns mal beginnen in Game of Thrones Episode 2. PSR by Game of Thrones. These are dark days I fear. Don't try! The North Grove must never be lost. You're sending him to the wall? The boy's done nothing wrong! The future of this house is in Lord Ethan's hands now. I've decided to name you as my sentinel, Sir Roiland. I'm just worried about my family. Soon I will be queen. And maybe then I'll be in a better position to help you. Are you willing to risk an alliance with the crown? It's a risk I'm willing to take, Lord Tyrion. Your mother asked me to cross the narrow sea to find your brother, Asher. We don't want Whitehill men within these walls. You can be my highborn ward. My lord, if you want a hostage, take me. Ethan. No! Don't let them take me! I'll get me, my son. Ah, wir wissen, wo der herkommt. In Yunkai, drei Tage nach der Befreiung, aha. Whoa, es ist nur ich, Besker. Also, wir spielen anscheinend Asher. Mach ich gleich. Aber zunächst mal muss ich nur kurz noch was sagen, wenn Daenerys kommt, muss ich da mal heimlich ein Foto von Steve machen. Also nicht wundern, wenn es dann Kling macht. Geht das überhaupt? Ich probier mal. Ja, es geht. Okay. Weil, äh, möchte ich noch als Hintergrund von Steam haben, wenn das irgendwie geht. Ich weiß mal nicht, ob das geht, aber wir werden es einfach mal gucken. Äh, hat sich hier eigentlich was verändert jetzt? Gucken wir uns das hier mal an, ob hier noch was Neues dazugekommen ist. Ach, hier steht jetzt drinne, dem Bastard, äh, Ethan wurde Kaltblüte von Ramses, nee, dem Bastard von Ruth Bolton ermordet, genau. Ja, ähm, ich gucke aber erst mal, ob noch so ein paar Charaktere neu dazugekommen sind. Nee, okay, gut. Das heißt, wir spielen also nun Asher. Gut, dann lasst mal sehen, was man uns hier machen kann. Einen Krug ansehen. Können wir uns hier denn sonst noch was nehmen oder so? Nee, ne? Das Haus könnte eine gute Klinge nutzen. Ich kann es mit dem Oner, als ob er wahrscheinlich tot ist. Ist das Wein? Oder Blut? Tastet es und find out. Irgendwie ist der Asher schon von vornherein, äh, sympathisch. Der sieht auch echt gut aus, find ich. Schade, dass der nicht in der Serie dran kommt. Der würde bestimmt nicht echt guten Charakter abgeben, denk ich mir mal. Mal sehen, was da, vielleicht, vielleicht kommt er ja noch, äh, irgendwie in die Serie rein oder so. Man weiß es ja nicht, die geht ja noch ein paar, äh, äh, Staffeln lang. Die Wasserpfeife. Denn ich habe gelesen gehabt, dass es mindestens bis zur siebten Staffel gehen soll, als Serie. Wenn nicht sogar, vielleicht sogar noch weiter. Aber, ja, warten wir ab, würde ich sagen, ne? Siebte Staffel, bis zur siebten Staffel, sagen wir es mal so, würde ich echt schon begrüßen. Denn je länger so eine Staffel, so eine Serie geht, desto besser. Zumindest mein Empfinden, so viele sagen, äh, nach acht, neun Staffeln ist irgendwann die Luft raus. Das finde ich immer gar nicht, weiß ich nicht, ist, bin ich komplett anderer Meinung, aber, naja, mal gucken. Sieht aus, wir waren nicht der erste, um den Platz aufzuhalten. Sieht ja auch schon echt groovy aus, würde ich schon sagen. Äh, 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 äh. Ich bin wirklich ein Bastard. Aber du bist mein Kind von Bastard. Das ist halb der Grund, dass wir Freunde sind. Äh, äh. Ein Rund? Ich bin wirklich ein Bastard. Was I guessed? Go see if he's still breathing. How's he doing? We need him alive to collect his bounty. After that... Remind me again. What's this fat pig fucker's name? Buzak Zog... Something, rather. Don't care, really. So long as we get our gold. Fällt schon mal sehr spannend an. Eight hundred gold dragons for capturing him. Lucky we caught him trying to flee Yunkai. Lucky for us. Not so lucky for him. We should find more former slave masters with bounties on their heads. I don't need any more naked fat men in my life, thank you. They say only the poor know how to really spend money. We'll buy the finest wines. The best whores. Sleep in a bed without fleas? Sounds nice, doesn't it? Missed. We'll live like lords. Princes. Kings. My point is, with enough coin we could do anything. Go anywhere. I could afford passage back to Westeros. To Ironrath. I've heard nothing from my family in years. You mean go home? They treated you like shit there. Kicked you out because you fell in love with a girl from the wrong damn house. Gwyn. A man doesn't choose who he loves. Your family should understand that. Westeros and its bloody houses. Who fucking cares? It's all an excuse to tell everyone else what to do. They're still my family. My brothers and sisters. They had nothing to do with it. I suppose that's true. Just remember. We have a good thing here. And any moment now we're gonna be rich. Na, wenn das Daenerys wüsste. Da bin ich ja mal gespannt, wann die davor kommt. To all of us deadly bastards. It's a family. I'm sure I'd agree if I'd ever had one. I'll be right back. I'll be right back. I'll be right back. Beskert, I thought freed slaves put the bounty on Berserk. They did. With his own gold. So why are the fucking lost legion here? Is that Tazal? From the Volantis job. Maybe he's forgotten about that. You! I told you if I saw you again! Tazal! Isn't it funny how life brings old friends together? That cut your fucking throats! Tavern's closed! What you doing here? Where is he? Where's who? Uh oh. Here. 400 dragons. They must be working for the Wise Masters. And that's all you're getting. The bounty is 800. You get four. It's more than you deserve. Give us 800 and you can have him. Don't be an arsehole now. We're all Salsort here. We are nothing like you. The Lost Legion are the blood of all Valyria. And we are done taking orders from whimpering pigs. Bloody hell! And we're done with you two. You two are going to be useful to me for once. Not bloody likely. The Wise Masters will hear how Asha Forester kidnapped the venerable Bezak. How he wouldn't take less than 800 gold dragons. So he killed Bezak instead. Me? Luckily. We were there to deliver swift justice. So you steal the money. And we get the blame. Ponteosinas! Borgios men no me jahoso kisikas! Oh shit. Alright. Who dies first? Who wants to dance at the end of my sword? Kill them! Now! Oh, die Asha der Kanz! Here's one! Come on! She could not pass me! Ah, fuck! I think we have to do that again. Die Quicktime Events kommen teilweise ganz schön, äh, überraschend. Shinkure no pass me! Fumidaor! Ouch. You owe me one. Ah! Wie gut, dass ich am Anfang die Axt genommen habe. Ha! Geiles Teamwork! Haha! Au! Das ist für Volantis! Bester! Ah! Ah! Ah, fuck! Man! Muss man teilweise echt schnell sein! Stellt euch vor, das Spiel wäre in die ganze Zeit so, würde ich einen Gottskampf kriegen! Quicktime Events! Ah, fuck! Muss man teilweise echt schnell sein! Stellt euch vor, das Spiel wäre in die ganze Zeit so, würde ich einen Gottskampf kriegen! Quicktime Events! Hahahaha! Das war mal ne coole Einlage! Das ist nicht endgültig, der Knie! Beim Genick ist er sofort tot! Aber wie geil das inszeniert war, ey! Oh! Mach dran! Für Himmel! Achsser! A done! Achsser! 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 Wer ist er denn? Mein Onkel. Tazal? Fuck. Mehr auf der Weg. Wir müssen gehen. Ha, geil, hab ich noch erwischt. Komm schon. Malcolm. Verdammt. Ha, toll, hätte ich gar nicht mitnehmen brauchen. Stop. Asher. Ich bin glücklich, dass ich dich gefunden habe, mein Junge. Es ist viel zu lange. Was machst du hier? Ihr Bruder Ethan sendte mir. Ich bin hier, um dich zurückzuhren. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich, wie tief eigentlich schon vorabstehen. Ich bin glücklich, wie tief von mir in meinem書, dich bist. Wir müssen hier, um dich zu sparen. Ich bin glücklich, wie tief von mir in meinem書. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Folge 2 Die verlorenen Lords Ich finde dieses Intro so genial von Game of Thrones Könnte ich mir, weiß nicht, stundenlang angucken Ohne, dass es langweilig wird So, aber leider muss ich die Folge jetzt beenden Denn es wurde eben das Speichersymbol eingeblendet Wo ich mich mal so ein bisschen dran halten muss Denn ich, äh, verrate euch mein kleines Geheimnis Und zwar die letzten 3-4 Folgen musste ich immer 10 Minuten Naja, nicht 10 Minuten, wir wollen realistisch bleiben So 5-7 Minuten nachspielen Weil ich immer nie auf das Symbol geachtet hatte Aber das war für mich kein Problem Da das auch ein super Spiel ist Und nochmal so die letzten Ereignisse nochmal aufleben lassen Damit ich weiß, worum es jetzt ging Aber ansonsten war das eigentlich kein Problem Aber deswegen will ich jetzt trotzdem auf die Symbol achten Um dann auch rechtzeitig die Folge zu beenden Also, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen Der Episode 2 beginnt jetzt Ich bin ja mal sehr gespannt, wie das mit Asha weitergeht Ich hab ja am Anfang so gedacht Asha, hm, wer weiß, ob die Story so relativ interessant wird Aber nach dieser Show-Einlage, eben nach dieser Super-Kampf-Einlage Kann das eigentlich nur positiv werden Die Mauer kommt in dieser Episode noch drinnen vor Es geht in Königsmunden ein bisschen weiter Was wollen wir mehr? Ihr werdet es sehen in den nächsten Folgen Bis dahin, tschüüü